Sei gegrüßt! Polikarp von Rinde, ein Halbbruder des Ordens der Flammenrose. Man sagt, dass ich es mit Geralt von Riva zu tun habe. Mann, ist das Siegfried? Großmeister Siegfried von Denesle, ja! Wie geht's euch denn so in Redanien? König Radovid unterstützt unsere Mission und liefert zahlreiche Beweise seiner Gnade. Klar, tüchtige Campen sind ja schwer zu finden. Ich hätte es dir gleich sagen sollen. Ich habe keinerlei Humor. Das tut mir leid. Und wie macht sich Siegfried als Großmeister? Siegfried von Denesle ist ein Mann von großer Tugend und Weisheit. Macht er immer noch Jagd auf Gorgos? Das Gebet und die Angelegenheiten des Ordens beanspruchen ihn Tag und Nacht. Zieht er denn noch hin und wieder ins Feld? Kurz nach Belletain ritt er in den Dreiberger Wald und säuberte ihn von Wehrwölfen. Die Freude darüber in den umliegenden Dörfern war unbeschreiblich. Du kümmerst dich um die Rüstungen der Brüder? Ja, diese Ehre wird mir zuteil. Ich brauche deine Hilfe. Ich benutze zwar keine schwere Rüstung, aber... Du bist kein Ordensbruder! Der Großmeister will, dass du mir hilfst. Der Großmeister will, dass du mir hilfst.